ja hier hatte ich wieder Markus von LappgmdV ja hallo netzcom hier zu Belfit 4 das ist die letzte Folge die wir ich aufnehme Belfit 4 jetzt Pläne das ist die 39 Folge wenn ich mich gerade erinnere kann sein dass ich mir auch falsch liege äh ich bin die letzte mal auf der Map Sturm auf Paracel und ja morgen kommt Hardline also Mittwoch 18. kommt ja neunzehnten macht das egal auf jeden Fall Mittwoch oder Donnerstag hab ich es gerade wieder ähm ja letztes Mal Belfit Hardline naja Belfit oh mein Gott äh Belfit 4 und äh schauen wir mal wie es so wird ähm also letztes Mal dass ich aufnehme Belfit 4 vielleicht wird ja noch Belfit 4 irgendwann kommen in ein anderes Format vielleicht oder so oder einfach mal zwischendrin mal einfach mal Benetit 4 einfach mal Benetit 4 wir haben das ersten Kill das find ich schön find ich sehr schön hoffentlich geht dieser Ton nicht wieder aus wie hier letztes Mal ich glaubs ich äh scheiße wie ich das gemerkt habe beim äh rendern am schnell das hat schon genervt Alter das geht nach Bäm ich stehne hier ich stand auf wasser vionil ich zieh keiner auf der map das ist ein bisschen mehr Dann fehlen sich die Mann selber, letztes Mal. Richtig geil. Es gibt eine Bedeutung. Open. Snowball. Das ist ein Haar-Style, KT-Solder, in der Nähe von Ihrer Position! Huio, dann fährt er denn nicht mal weiter. Langweilig hier, ich will actionen. Das war ja, da muss man hier schon action haben. Ja, Belfe 4, äh, ist gut. Äh, meiner Meinung nach hat es nach dem Patch, äh, der Kram am März, äh, sich verschlechtert. Ähm, ich weiß nicht, also, ich finde es so, dass es sich am verschlechtert hat. Weil es ist eher wie er, diese War, da, wie man es nennt, keine Ahnung. Es ist einfach OP, also, echt krass wie OP das Ampel ist. Die wird nicht mehr realiziert. Mit der F-A-S-T-A-S-S-A-S-A-A-T. Alter, ist das so gut? 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 Okay, ich nehme den Kill. Ich nehme den Kill. Ich stehe mal frei, aber auch mal. Ah, der alte Kugel an der Backe mit dem Vogel. Okay, ich nehme den Kill. Okay, ich nehme den Kill. Okay, ich nehme den Kill. geil das ist geil so richtig geil und wir können nicht schau ich mal wieder so ein pech ja ich werde immer gedehnen ich habe scheiß Die CD ist... Oh, hat schon gelegt. Oh, das geht nicht. Die Vorgang sind ziemlich unter Kontrolle. Tolle Lachen. Da hätte ich mein Messer mit dem Scheiße. Oh, das geht nicht. 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 Ja, helft doch. Sehr schön. Die Map habe ich mit Bewusstsein genäht. Ja, wir haben die 1KD geschafft im Battlefield 4. Also ich zumindest. Ähm... Habe auch eine 10er Kiste geschafft. Äh... In den letzten Tagen. Mit der DMR Team Redmatch. Äh... Leider habe ich nicht aufgenommen. Natürlich... Besten... Das Geiste nimmt natürlich nicht auf. Ja... Ja, vielleicht mache ich, äh... ein Video mit dem besten, äh... Ausschnitt über G4. Bin mir mir nicht ganz sicher. Ja... Nein... Warum ist der jetzt gestorben? Noch schön abgeballert, ey. Ja, wir haben es bis zur Level 87 geschafft. Werd vielleicht noch einen Magen aufsteigen. Wahrscheinlich. Wenn ich so mal so alleine spiele. Ah, hier ist auch ein Messer, aber man. Hier kommen wir nicht dran, aber... Ich habe immer so einen Pich, ne? Wenn ich dann aufstehe, dreht er sich um, und dann bin ich tot. Das ist... So. Guck mal so. Mehr Pech wie ich kann mir nicht ab. Aber... Und dann habe ich... Was, äh... mich vorhat. So ein bisschen. Was gibt denn überhaupt? E-Punkt. for aán... hat den E-Punkt. Höchst wie ich jetzt verosser? Fertig-Gunschrift übern� Terren. dringend. We haben O.A. K. Ön. B-unkt. V-unkt. B-unkt. B-unkt. Fertig. V-unkt. B-unkt. Gehl. Fertig. B-unkt. Jetzt magst du mich immer besser, nicht schlimm. Nein, nein, wisst ihr was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr es? Es gibt's nicht. Ey, nee, Alter. Es gibt's nicht. Wieso habe ich denn immer so'n Pech? Wieso? Ist doch scheiße, Mann. Ist doch scheiße, Alter. Seht ihr, was ich meine? Seht ihr, es ist immer dann einer da. Es ist zum Kotzen. Warum muss der jetzt da sein, ey? So scheiße. Schön ein Messern wollen. Was ist dann? Spasti. Der Boden liegt, Alter. Oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Der Boden liegt. Der Boden liegt. Vielleicht hatten wir dir das bei der . 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 schlacht ging gegen die schlacht wie dann ging die dann ging die ja stehen oben aber okay dann würde ich sagen wir sehen uns das nächste mal zu einer weitung von vielleicht das ist ja wahrscheinlich warum toll war mein kopf derzeit oder und was anderes dann sage ich dann bis dann schau das war die letzte folge von bildet 4 hier leute ist es nicht vorbei mit bildet 4 100 zu kurz gelaufen 60 minuten und es ist bisschen wenig für letzte folie spielte neue runde team deathmatch auf der map morgen der weiß nicht vorbei ist noch die letzte folge von bildet 4 kreis erscheint wir spielen mit ziel wir spielen mit ihr es geht es sich lang ich bin mal wir lassen können was soll es es ist jetzt folge ich will hier also jetzt nach und bildet hat einen solchen ist das dann kommt es kommt dann die haben wir hier wir spielen die kampagne herrlich mit kommen Prozent und dann kommt es und ein 4 der Kinder verhalten Die Lippen, äh, die Lappen, äh, die, äh, die, äh, die, äh, ja, Kampagnen anschauen. Schade. Immer schön wiederbleiben, Leute. Das sind die besten Tüten. Team Spähen und nicht einfach Kali. Haben wir ihn weggeholt. Ich bin dann wieder weggeholt. Wir müssen dann wieder weggeholt. Wir müssen dann wieder weggeholt. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, das war Lack. 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 Woh... Das war's für heute. Ich bin sehr schlecht. Mann, was für eine Schlacht, die gefällt mir doch. What the fuck to best, du wixer. Stormy, kann ich sogar noch, irgendwoher. Wann bauen wir denn für die eigentlich, wenn nicht mehr so dumm eigentlich? Für die Schuhe. Boah, plack. Wann, wer hat. okay so wie ich schwein 1 47 mal der ua was geht mit dem watschern es geht allgemein mit der ober opv alter ist der hardcore klare warum leichte nach ich muss doch nicht lachen nicht warum treffe ich den ich umzieher nicht erinnert die grüste das soll wieder dumm da kann das spiel da bin ich das ist ja die Schulter das steht einer am Schatz wo bin ich hier wow geht wer von heute ich hasse ihn doch heute wer von weil wer ist hier bei welchen Atlant weil es eine normale dafür ist naja jetzt mach ich auch keine Küsse scheiße na ich dritte runter wo weiß gar nicht what the ja fick dich den hab ich gesehen den hab ich gesehen den hab ich gesehen und und ein Hedger verpasst und 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 ar én das was gibt wert einen zum messer am besten wäre es wenn es Dr. Topaz geliehen wäre JA! Schafft es! So ein bisschen habt ihr alle oder was? Ok, Snap auch indirekt, aber jetzt keine Lange Alter, die Heino-Kennung-Wixer Files-Sniper 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 Files-Butt Das können wir ja, ja, können und dann reicht das auch, dann haben wir letzte folge wird für die vier überstanden nein ich hab das wort nicht ihr wisst euch was ich meine viele punkte schon gemacht alter 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 13.000 das sind zu sich punkte und wie viel 24.000 bonus xp hier oben ist ein fütter platz leider keine erste folge schade aber jetzt ist die letzte folge genau wie gesagt vielleicht werde ich noch zuschneiden die besten szenen mal schauen naja die zeit wie lustig habe dann zeig ich mal wir sind uns das nächste mal zu einer weiteren folge von welchen hat wahrscheinlich sehr wahrscheinlich weil ich habe es ja schon vorgestellt habe mit kriege und auch die letzte folge wahrscheinlich am donderstag also über Prozent wahrscheinlich auch letzte folge wenn wir es schaffen haben wir ihn nicht zu besiegen aber wir sind ja schon im anderen spiel hier aber ja dann würde ich sagen wir sind jetzt immer so bei der folge davon bin für alle und darüber Minecraft keine Zeit oder auch irgendwas anderes und ich sage dann bis dann und ciao Bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal